moin aus hamburg ich bin's eure josie heute möchte ich euch zeigen was in diesem tollen umschlag war und zwar habe ich post bekommen von der lieben betty oder bettina ich weiß gar nicht wie sie am liebsten genannt wird frage ich auf jeden fall noch mal nach und da gab es diesen tollen umschlag und ich habe ihn auch schon aufgemacht und ich möchte ganz gerne mit euch eigentlich habe ich solche post bekommen weil ich mit ihr getauscht habe und da hat sie hoch da ist direkt schon eins ins bild gerutscht und zwar hat sie in so einer tollen verpackung gemacht und auch hier mit liebe hand gemacht von bettina finde ich sehr cool und bei dem stempel bin ich wahnsinnig neidisch weil den wollte ich auch haben habe bestellt und es gab den nicht mehr von daher lasst uns stempeln eins von eins insta atti betty verlinke ich euch auf jeden fall die tolle karte habe ich gekriegt als sie die gepostet habe ich mir die auch direkt ausgeweicht wie sie toll fand dann sind die wirklich alle in diese tollen verpackungen man muss sie direkt über fragen ob sie dafür so ein board benutzt hat oder finde ich auch cool auch wieder hier mit dem stempel und das schweinchen hat es mir auch angetan für dich und das hat sie genannt für dich ja ja sehr cool schweinchen und dann habe ich bekommen ein atc point auch so zum 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 auch das gleiche ich finde es folgt die umschläge haben sie mir gerne als sie mit china muss ich auf jeden fall gleich mal nerven wie du das gemacht hast weil die finde ich mega cool dann gab es auch noch post richtig cool ach wie schön die bienen und ein marienkäfer ich weiß nicht ob sie es mit alkohol eng gemacht hat kann ich mir vorstellen könnte aber auch hier die schimmerpowder ist das nicht das sieht anders aus bettina sagt mir doch mal wie du das gemacht hast kann ist es ja wahrscheinlich den kommentieren weil das finde ich sehr cool auch hier unten zum stempel und ihre e mail adresse ich lese mal kurz zu mir alleine ja ganz süß leider kann ich das eigene wort nicht lieben aber das ist gar nicht schlimm ich kann bestimmt damit was anfangen guck auf jeden fall mal weil sie hat mir nicht nur die atcs geschickt sondern hier steht auch noch ein bisschen gebanzelt und es knistert auch wie schön das hat sie bestimmt selbst gemalt machen viele tatsächlich so ein holz plättchen bestempeln und bemalen mit einem cupcake und ein eis ach das ist süß ja ich weiß zwar noch nicht was ich daran mache gebanzelt genau ans gebanzelt aber finde ich auf jeden fall cool so und dann ich hoffe ich habe jetzt alles oder ist mir von mir abgerutscht und dann hat sie mir ein album gemacht das finde ich mega zum sammeln von coins hat sie drauf geschrieben meine atcs sehr cool mega und auch gleich wow wo auch richtig mit wenn ihr das sehen können das ist eine folie noch drauf dass man sie auch sehen kann selbst prinzip das hat sie bestimmt mit einem bord gemacht das ist das sieht geil aus mega direkt ein schlechtes gewissen bei dem was ich bei als atc weil ich habe nur atcs geschickt ich habe es nicht anders geschafft bevor ich die überhaupt gefunden habe mega und dann kann ich auch gleich mein point da reinpackt wie geil ist das denn bitte da freue ich mich richtig mit dem holz ja cool ja meine atcs meine anderen atcs bewahren ja in einer ähm schokoladen cool verpackung ohne jetzt wirklich was zu nennen ne ich gucke auch mal umschlag ist leer mir ist auch nicht daneben gefallen glaube ich weil vorhin ist irgendwas rausgefallen aber ich glaube das habe ich eingefangen ähm da sammle ich tatsächlich aktuell meine atcs also ähm ja ich hatte noch keine zeit mir irgendwie pocket letter zu tun ich weiß auch noch nicht wie ich sie aufbewahren will aber für coins ist das schon sehr geil also ähm liebe betty vielen vielen dank also freue ich mich wirklich sehr also darüber freue ich mich wirklich am meisten ne das ist schon echt cool und dann habe ich irgendwie ein schlechtes gewissen ich mache es wieder gut ja ansonsten war es das auch schon von mir ich wünsche euch noch einen schönen tag und morgen ist ja freitag und dann wünsche ich euch auch noch ein schönes wochenende wir sehen uns demnächst wieder versprochen und bis dahin bleibt kreativ eure josie Wir sehen unsp厚!